Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 8. Januar. Ja, eine ruhige Woche steht an, zumindest bei den News, glaube ich, denn vieles wird sich auf die CES konzentrieren und ja, das kann man so oder so handhaben. Ich könnte, glaube ich, dann den Geek Talk Daily täglich mit, weiß ich nicht, 20 News vollballern, die aber alle nicht so gehaltvoll sind. Und ja, vielleicht haben wir ein paar Highlights, die werde ich natürlich reinpacken, ansonsten beschränken wir uns auf die normalen News der Woche und des Tages. Und heute haben wir dabei DJI, Twitter, Roomba, Apple Music und Outdog.com. Beginnen tun wir mit DJI. Die haben nun einen Nachfolger für den Osmo Mobile angekündigt. Also, der heißt dann logischerweise Osmo Mobile 2. Und was ist das überhaupt? Für die, die es nicht wissen, der Osmo Mobile ist ein Gimbal, also praktisch ein Teil, was man in die Hand nimmt, wo man sein Smartphone reinklemmt und was dann das Bild stabilisiert. Man kann damit rennen, sich bewegen und durch die Motoren werden entsprechend, ja, das Smartphone und die Kamera ausgerichtet und alles ist schön verwackelt frei. Und ja, der Nachfolger wird günstiger, hat anderes Material, hat einen verbauten Akku. Der vorige war austauschbar, was eigentlich eine schöne Sache ist. Allerdings ist der neue, der fest eingebaut ist, dafür auch umso gehaltvoller. Der soll nämlich bis zu 15 Stunden bringen. Vorher wurde Nylon und Magnesium verwendet als Material, jetzt wird noch Nylon verwendet. Und das ganze Teil soll auch nur noch, in Anführungsstrichen, 149 Euro kosten. Und kommt am 23. Januar mehr oder weniger in den Markt. Auf jeden Fall kann man es da bei Apple bestellen. Und ich glaube, den gönne ich mir jetzt. Ich war schon kurz beim Vorgänger am Nachdenken, habe es dann aber nicht gemacht. Aber für ein paar Projekte könnte er ganz gut sein. Und eine große Änderung ist noch der DJI Osmo Mobile 2. Der kann auch Hochrandvideos, was vielleicht für Snapchat und Instagram Stories ganz interessant sein könnte. Gehen wir zu Twitter. Die haben jetzt ein Posting veröffentlicht, wo sie erklären, warum sie die diversen Führer der Welt nicht von ihrem Dienst runterschmeißen. Der bekannteste Vertreter ist natürlich der amerikanische Präsident Donald Trump, wo sich viele fragen, wie kann der solche Sachen auf Twitter raushauen, die kein anderer darf. Denn wenn jemand anderes das macht, dann wird er sofort runtergeschmissen von der Plattform. Ja, da hat Twitter jetzt sowas geschrieben. Also ihr könnt es euch durchlesen. Es ist ein Link zu einem Artikel von TechCrunch, der entsprechenden Link zu dem Posting von Twitter enthält in den Shownotes. Also Twitter hat da geschrieben, ich sag's mal ganz vereinfacht, die Führer der Welt, ja, dem muss man zugestehen, dass sie irgendwelche Sachen sagen und aufgrund der Dokumentations, ja nicht Pflicht, aber dass das entsprechend die Führer der Welt sind und die Öffentlichkeit ja informiert sein sollte, wie die ticken, egal ob gut oder schlecht. Dementsprechend wird es dafür so eine Art Sonderregel geben. So würde ich das jedenfalls daraus lesen und verstehen. Ihr könnt euch ein eigenes Bild machen und ja, ihr könnt davon ausgehen, dass der Kollege Trump auf jeden Fall auf Twitter weiter aktiv sein wird. Jetzt nächstes Thema, was komplett anderes, Roomba. Das ist ein Hersteller von Staubsaugerrobotern, also die kleinen, im Regelfall runden Teile, die ihr durch die Wohnung jagen könnt und die dann schön, während ihr meinetwegen arbeiten geht, euren Teppich reinigt. Die haben jetzt für die beiden Modelle 960 und 980 ein Beta-Update zur Verfügung gestellt, was dann entsprechend in der App, die zu dem Roomba-Staubsaugerroboter gehört, das Wi-Fi testet. Das macht ehrlich gesagt auch total Sinn, denn die Teile werden ja durch Wi-Fi auch unter anderem gesteuert. Die fahren damit durch die Wohnung und mappen die und die können natürlich da auch die Signalstärke und alles prüfen. Also wahrscheinlich machen die das eh schon, aber jetzt wird es auch aufbereitet in der App. Man kann sehen, wo man gute Signalstärke hat und wo nicht und entsprechend vielleicht mit seinem Router ein paar Veränderungen vornehmen und das Ding anders platzieren beispielsweise. Nächstes Thema, Apple Music. Bei Apple Music wird Jimmy Iowine die Firma verlassen. Also Jimmy Iowine, das ist der Gründer von Interscope Records und hat danach mit Dr. Dre entsprechend Beats aus dem Boden gestampft. Er ist als Kopfhörer-Hersteller und dann auch als Streaming-Dienst und wie wir alle wissen, hat Apple die Firma gekauft 2014. Er hat dann entsprechend eine Stelle bei Apple bekommen, auch ohne Titel in witziger Weise, aber ist natürlich Schwergewicht der Musikbranche und hat viele Kontakte geknüpft. Und der hat jetzt gesagt, zum Ende des Jahres, wenn halt auch seine Aktienoptionen dann gewestet sind, sprich er kann seine Aktien dann auch jederzeit verkaufen, wenn er lustig ist und verliert kein Geld, dann wird er Apple verlassen. Es ist nicht bekannt, was er danach machen wird, aber der Kollege Jimmy Iowine ist auch kein Freund von Streaming-Services, wie er auch zuletzt mal in einem Interview verlauten hat lassen, denn für die großen Googles und Apples dieser Welt ist das kein Riesending, das ist eine Mischkalkulation, aber so ein Spotify, ja, der hat zwar viele Kunden, nimmt auch viel Geld an, aber macht auch noch mehr Verlust. Naja, und er sieht das eher skeptisch. Vielleicht verlässt er deswegen Apple, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Und von Apple rüber zu Microsoft, die haben ja neben ihrem Multifunktion, und Kalender-E-Mail, Tralala-Lösung, Outlook, auch den Dienst Outlook.com. Wird auch oft gern verwechselt, wenn man drüber redet. Aber Outlook.com hat nun auch ein Beta-Update für den Kalender bekommen. Klingt jetzt erstmal unspaktakulär, aber der Kalender ist für viele extrem wichtig und entsprechend wird er jetzt auch in Outlook.com aufgebaut. Und wer sich dort angemeldet hat, der kann da am kleinen Beta-Button Ausschau halten und sich entsprechend für die Beta auch anmelden und dann den neuen Kalender genießen. Und ja, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, ihr kommt gut in die Woche. Für viele ist das ja auch die erste Arbeitswoche eventuell oder auch die erste Schulwoche in diesem Jahr. Also stresst euch nicht zu viel und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder am Dienstag beim Geek Talk Daily. Bis dann. Ciao, ciao.